Moin moin und willkommen zu Dawn of War 2 Red Rebution. Ja, der letzte Teil, der fehlt uns ja noch. Dann schauen wir mal in die Kampagne rein. Existing Campaigns. Da sollte ich ja eigentlich gar keine haben. Interessant. Meine vorherigen bringen mir glaube ich nichts. Ich starte eine neue. Tutorial überspringbar. Und ja, bei Red Rebution haben wir die Auswahl zwischen nicht allen Fraktionen. Da wir die ganzen anderen Kampagnen als Space Marine gespielt haben, spielen wir das ja auch aus der Sicht der Space Marines. So, wir nehmen wie immer Normal. Oh. Der König, der Hammer des Empreser, wurde in der Sektor verabschiedet, um sie zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten. Doch die Inkursionen nur in Bezug wurden, und bald wurden durch die Insurrektion und Schmerzen in den Räumen der König. Jetzt der Sektor sitzt nicht hilfreich, verraten durch eine konstant, endelte, unvermütende Krieg. Wir sind Spacemarine. Wir sind die Blutraven. Wir würden, aber wir sind auch in Krieg mit uns. Azariah Kairus, unser Schmerz und Schmerz, hat die Heroen von Aurelia als Renegade verabschiedet. Jetzt sind wir von unseren eigenen Schmerz. Schmerz, die nicht wissen, von der Schmerz des Schmerz des Schmerz des Schmerz des Schmerz des Schmerz des Schmerz. Eine Militia verabschied von Geizont und Schmerz des Schmerze. Mit Demons? Relegade? Ein Sektor, der nur die Kriege kennt. Der Imperium hat genug gehabt. Eine Lösung bleibt für den Sektor. Eine Lösung, mit der ich all zu familiarisieren bin. Die Ordo Malleus kommt zur Inquisition der Heiligen Imperium. Seine colossal Arten bearen die Munition für Exterminatus, um alle Planeten des Sektors des Lebens. Zenos und Menschen. Korrupt und Innocent. Der Renegade erklärt, ich kann nicht gegen Kairos reagieren, ohne die Blüten von meinen Brüdern zu spüren. Aber die Hoffnung erhält. Ein Handvoller von Heroern, noch immer im Service zu dem Kapitel. Uncorrupted von Kairos' Heresie. Led von Kaptein Diomedes, diese Heroern schütten die Remenanten der Vile Black Legion, über den Sektor. Insofern, Diomedes' Hubris blinds ihn zu Kairos' reale Natur. Wenn der Sektor und Kapitel zu überleben, muss er zuerst überleben, seine eigene Hoffnung. Kampagnen zu sehen waren, an die ich mich gar nicht erinnern kann, ähm, hab ich mir bei Tybue schon tatsächlich aufgehoben. Kampagnen. 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 Unsere Anforderungen sind in Kontakt mit Chaos-Space-Marinen. Sie haben das Gegenteil entgegen. Dann lass uns anwenden, Brüder. Mit Blut und Feuer, wir werden diese schwarzen Schmerzen von unseren Schmerzen. Ordner! Was Worte? Wir haben Martellus dabei. War der nicht? Wir sind jetzt nahe nahe. Diese Traitorien werden die Schmerzen vor langem treffen. Ich habe den Enemie-Vox-Channel, Kampagnen. Der Ravel klaimt zu erfüllen Brüder Blutraven. Dann lass uns diese Heretics und machen Haste. Es kann nicht zu late sein, um unseren fallenen Brüder zu helfen. Die sind aber Ravel. Aber dieser hat nicht gewöhnt. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal um und gewöhnen uns wieder an unser eigentliches Spiel. Und hier gab es ja sogar Ihr Hündchen. Und hier lebt. Revive ihn. Seine Erfahrung wird notwendig, wenn wir diesen schwarzen schwarzen schwarzen. Okay, schwarzen schwarzen will geteilt, Sergeant. Was sagen Sie für Sie? Sie wissen sehr gut, dass er nichts sagt. Er hält sein und schwarzen für Worte. Seine schwarzen kann das wieder passieren. kompromisiert. Inditiative properer Recht kann das wieder passieren. Okay. Shays Upgrade for a hero. Ah, okay. Mhm. Deswegen haben wir auch mehr Ressourcen hier direkt dabei. Stimmt. Da gab's jetzt ja ... Kapitän Diomedes. Die Möglichkeit sich mehrere Einheiten dazu zu holen. Ich glaube, die Dregs von Chaos haben eine Maßnahme gewonnen. Auf sie, Spacemariner. Zeig ihnen die Folle ihrer Aktionen. Jetzt ein einfacher Target für mich. Mortellis, da ist Muster. Beginning, Michael. The fight is here. There are still tires to engage. Traitor blood has only begun to run. Forward, brothers. Eliphas awaits us. Waiting for over. Yes, commander. Engage the enemy from cover. Our armor is formidable but not infallible. Taking this. Tellers. Bitte. In cover. und hier kriegen wir auch gegenstände sind schon weg lebenspunkte regenerieren sich brauchbar ja dann machen wir das doch wahrscheinlich keine überraschung dass wir jetzt viele requisition points kriegen und hier kann ich mir jetzt scouts dazu holen das sind normale einheiten scouts are our basic infantry choice they are competent marksman though their light armor makes them vulnerable they are best used in missions of cells and can be further equipped in the field for either close or long-range support so come martellus granate Das geht aber auch mit einer Granate. So, flank them, das klappt dann schon. Diese Mission lernen wir erstmal wieder die Basics. Eventuell, nein. Ja, soll ich vielleicht mal ein Wagen machen? Ja, ist egal. Wir haben gelingen davon. Konnte ich den hier? Ne, nicht zum Heilen. Bleib verdammt nochmal im Cover. Mission Initiate interessiert mich eigentlich recht wenig. So. Dort hin. Ich höre dich. Geh an. Launch in melee. Okay. Ja, mir fehlt. Echt was zum... Einheiten bekommen. Hier könnte ich jetzt immer noch. Ja, könnte ich. Gehen wir hier mal kurz drauf. Okay. Pack mich zum nächsten Relay Beacon und meine Einheiten kommen dort lang. Ich bin aber nicht der größte Fan, außer wenn ich sie jetzt wirklich brauche von den Standard Einheiten. Mir hat das in den vorherigen Teil recht gut gefallen. Mit den... Mit den vier Einheiten, die man dann dabei hatte. Tja, Space Marines, genau. Du kannst nochmal eine Granate werfen. Keine Energie mehr. Empfehl füge. Es sieht bisher in Ordnung aus. Es macht mir Sorgen, dass hier so viele Ressourcen auf einmal warten. Ordnung beginnt mein Geh... Ich lebe es in einem Ruhe. Du möchtest es zerstört? Ich werde in einer Ruhe leben. Sag es jetzt, bevor die Reinigung beginnt. Okay. Du hast nur ein Zeitpunkt. Es ist getrennt. Wir haben es. In die Struktur. Ein Dettacter-Squad wäre ideal hier. Seine heavy Bolters können die Sprecher verletzen, die die Angelegenheiten schlägt und schlägt die Angelegenheit. Ich bin nichts, denn ich bin Angst. Die Angelegenheit. Die Black Legion würde uns nie geben, uns zu so einen Foto zu halten. Schaue einen Konterattack. Ah, hier. Genau. Da bitte hin. Du gehst hier hin. Nein, du da hin. Martellus hier. Okay, dann muss er effektiv verbauen. Ich bin Shane Trainer. Ah, okay. Wir sehen hier, dass sie von unterschiedlichen Seiten kommen. Was? Nee. Oh, es klappt. Das wird auch recht gut. Genau. Du bindest ihn jetzt mal in Nahkampf. Die Grafik ist nett. Die Grafik ist nett. Die Grafik ist nett.